Hängt ihr noch zusammen rum oder habt ihr nach zehn Monaten jetzt die Schnauze voll voneinander? Was mir halt immer tierisch auf den Sack ging, war halt, ob die, dass er morgens nicht aus dem Arsch kommt. Ich meine, die nerven einen wirklich so krasse Kleinigkeiten. Das ist jetzt 30 Jahre alt, man. Der ändert sich nicht mehr.